Wenn du so einen Patte hast, dann habe ich einen genialen Weg für dich, aus dem Bunker zu kommen, aus einem schwierigen Bunker. Aber ist es erlaubt? So, was kann ich in diesem Bunker mit einem Patte tun? Nein, ich werde nicht versuchen, den rauszupatten. Ich werde den Ball andersrum ansprechen und den so rausspielen. Ne, Kameramann, wie findest du das? Ey, super! Geiler Trieb! Wow, da mache ich jetzt gleich ein Sandy-Paar. Aber was ist mit den Golfregeln? Ist das gestattet? Laut Regel 10.1, einen Schlag ausführen. Ehrlich nach dem Ball schlagen. Ehrlich. Ich weiß nicht, wie ehrlich das war. Aber wird ein Schlag ausgeführt, muss der Spieler redlich mit irgendeinem Teil des Schlägerkopfes so nah an den Ball schlagen. Also man darf den Ball mit der Rückseite des Schlägers spielen. Das geht. Aber, dass er nur für einen kurzen Moment einen Kontakt zwischen dem Schläger und dem Ball gibt. Und er darf den Ball nicht schieben, kratzen oder löffern. Naja, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war wahrscheinlich nicht schieben, kratzen oder löffern. Aber ich denke, du bist auch meiner Meinung, das war eh nicht. So, leider, das ist ein cooler Trick, dem du deinen Flightpartnern zeigen kannst. Mach das, das wird Spaß machen. Aber mach das bitte nicht in einem Turnier und sage dann, wo ein Hochi hat gesagt, es geht. Weil das geht leider nicht.